Mit vielen falsch verstandenen Songs im Gepäck will ich jetzt wissen, sehen oder besser gesagt, hören Sie das genauso? Los geht es mit Go On Move von Real2Real. Ich stehe irgendwie so Mucke, Mucke irgendwie immer hier. Wuppe Buddy Goldie. Bitte, was? Wuppe Buddy Goldie. Wuppe Buddy Goldie. Ja, also da kriegst du mich Spuck in meine Cola. Wirklich nah dran, denn die TikTok-Community versteht. Weiter geht es mit einem absoluten Party-Hit, eigentlich italienisch. Ganz krankösterreichisch. Ich bin Song. Ich bin Song. Der Lung. Ich habe verstanden, ich gehe saufen, was geht ab? Sehr gut, aber viele hören tatsächlich was ganz anderes. Ja, ich esse so gern Nutella. Als nächstes Emma Wong von Miku Evinz. Ich habe, das ist aber viel, oder so verstanden, oder? Genau, das haben ganz viele. Das ist aber viel. Auch in Sean Paul's Get Busy wird einiges verstanden, nur nicht der richtige Text. Das Ding, ja, dadadada, do it on Rebecca. Ja, mit dem Arsch Rebecca. Mit dem Arsch Rebecca? Hab ich gehört. Sehr gut, hat noch keiner gehört. Also das ist offentlich interpretationsfähig. Anscheinend genauso viel Interpretationsfreiraum bietet dieses Lied. Ich habe nur einen Part anders verstanden, wenn Gott ist in Köln. Oder wie die TikToker sagen, so, nun aber genug verhört. Aber lustig, ja, eine Auflockerung im Alltag. Genau, tschüss. Tschüss.